ARD Text im Auftrag von Funk Komm, spring auf mich! Dankeschön! Alter, du hast mich wieder blockiert! Alter, bist das knapp, Lennart! Lennart! Ohne Trollen! Ich hasse diese zwei Klangpist-Menschen! Nein! Da muss man doch auch irgendwie anders rankommen! Alter, es muss doch gehen! Alter, war das knapp! Ja! Komm, spring auf meinen Kopf! Oder du auf... Oder ich auf deinen... Alter, war das ein Leck! Hast du es gesehen? Mann! Du hast wirklich gestorben! Warte kurz! Warte da! Spring auf deinen Kopf! Ich bin jetzt auf dein Kopf! Ich bin jetzt auf dein Kopf! Wo ist hier? Nein! Sehr gut! Ich bin jetzt auf dein Kopf! Ich bin jetzt auf dein Kopf! Alter, du hast die Zeitlöcke gerade weg! Scheiße! Scheiße! Du machst grad ein bisschen extra, ne? Was? Nein, ich mach das nicht extra! Komm! Hol die dir! Oh Mann, mein Ohr kratzt! Scheiße, Alter! Befreie mich, mach ich dich! Ja! Das musst du passieren! Mir kommt grad so alles so unmöglich vor! Alter, wie schlecht wir sind! Das ist nicht möglich! Alter! Das liegt los, dass ich an der Uhrzeit gerade sein! Wir werden wir ziehen, lass du mich! Ich glaub, wir sterben dabei! Wahrscheinlich heute noch einer! Fick dich! Das war extra! Das war Skill, Junge! Und jetzt? Jetzt? Komm mal! Mach A! Nein, mach ich nichts! Mittlerweile, glaub ich, scheiß mir jetzt auf die Münzen, oder? Ja! Lennart! Kann doch nicht wahr sein! Ich muss sagen, irgendwie ist das unterhaltsam, ne? Wir werden die ganze Zeit an diesem Level scheitern! Das kann doch nicht wahr sein! Boah, ich Skill-Band mich jetzt da durch, Alter! Ja, mach ich auch! Scheiß auf die Power-Hubs, ey! Hey! Oh, scheiße! Ich hab's nicht gesehen, aber gehört! Kann kommen! Nein! Okay! Ich weiß das eh nicht! Das kann nicht wahr sein! Warum bist du ja nicht abgestrungen von diesem Geschäft? Mit Ansage! Mit Ansage! Ja, das ist auch nicht so wirklich schwer, wenn du nicht aus deiner Blase rauskommen willst! Aber dich soll jetzt wirklich mit Skill-Band! Wenn du nicht stirbst, dann ist das einfach! Wir versuchen das jetzt echt! Wir nehmen uns die Ups und dann rushen wir durch! Ja! Ja! Komm! 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 Drück mal immer 1 währenddessen! Du könntest auch 1 und 2,30 drücken! Das machen wir hier wirklich! Komm! Aber ich denke manchmal wirklich, wenn du und ich springe dann ein bisschen zu weit! Scheiß auf die Mütze! Ja! So! So einfach geht das! Nein! Und wir waren so kurz vor Zielen, ne? Ich glaube, das halte ich im Besuch, welches Fenster war, aber grob egal! So! Der Sponsorschuss machen wir jetzt nicht, komm! Wir machen zumindest alle Level einmal, okay? Mhm! Mhm! Ach du hast kein Leben mehr! Deswegen wirst du nicht wiederkommen! Wir haben jetzt 3 zu 2! Wir haben jetzt einfach den Ding installiert! Also! Geht's! Du hast 3 und ich hab 2! Geht's! Super! Achtung! Ah! Super! Mann! Ich kann gar nicht springen, heißt der! Achtung! Schon! Scheiße! Mach erstmal alle platt, dann komm ich wieder und dann können wir es machen! Mach alle platt! Oh! Das ist der hier! Uh! Komm, Baba! Scheiße! Hamster Style! Es gibt doch so einen Pinguin neuerdings, ne? Ich weiß nicht! Das war ein neues Spiel! In dem auch? Ja! Scheiße! Was soll? Ausatzen! Bands! Ich hör das leider nicht! Das ist so wie bei Mario Kart, ne? Alter! Man soll den Stern sogar hier kriegen! Sonst ist die Mitte, glaube ich, gar nicht möglich! Warte! Ich mach! Ich mach! Ich mach! Bitte! Dankeschön! Warum wolltest du das machen? Ja, damit ich kurz machen! Scheiße! Alter! Kann ja wahr sein! Komm einfach ohne den Wurz begegnen! Boah, Alter! Die Standard Scheiß-Mongo-Humbas und Pupas machen wir zu dem Spiel! Und fertig! Und ich dich! Ja, das war! Alter, wir haben 9 Minzen! Hör mal auf! Komm schnell! Schaffst du noch! Ah! Knapp! Ah, wir haben ja 4.000 Punkte geschafft, die uns nichts bricht! Die Punkte sind eigentlich so unnötig, die regen voll auf irgendwie! Die will auch gar keiner sammeln oder so! Die sind einfach nur da! Wenn Nintendo denkt so, oh jetzt denkt die, man kann doch so nen Highscore kriegen! Jetzt hier das Ultra-Ding! Hauptsache den Jumpen kriegen die da hin über ne Schlucht, aber schaffen es nicht über Gras zu laufen! Ey, warte doch mal auf mich! Ja, okay! Ich musste grad noch Wasser trinken von... Von Aquintus-Klassik! Also Klassik von Aquintus! Aquintus! Erinnerst du nicht noch an den? Nein, gar nicht! Ich hab letztens sogar noch den ersten Exos-Text noch mal übersetzt! Warum? Nein, nur so ein bisschen! Ich hasse nicht! Mach! Mach! Du willst doch die Blume haben! Alter, du bist so schlecht! Ich hab doch gesagt, du sollst ihn wegwerfen! Ich wusste nicht, dass ich das kann! Ja, kann jeder! Das kann nicht wahr sein, diese Plattform ist ein Millimeter der Bunde wert! Du bist so aggro! Ich bin nicht aggro! Ich bin nur verweilt! Verzweifelt! Wir haben jetzt eine Stunde lang an diesem ersten Weg gesetzt! Das heißt, wir brauchen um die acht Stunden! Ja, ist doch egal! Warum nicht hören die Leute uns noch? Hallo! 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 Wir sind beide klein! Ich weiß! Ich weiß, wir hätten uns vielleicht vorher einen Pilz geben sollen! ich habe es nicht gehört hier ist ja gerade voll still ja außer dass du die ganze zeit schrei ich ich höre es aber auch nicht, dass ich schreie. Alter das war knapp. Wolltest du mich gerade drunter töten? Nein, wollte ich nicht. Das wollte ich extra. Ich habe ja gesehen, dass ich das aufsammelte, bevor... Warum bin ich jetzt klein? Du bist echt klein, du bist groß. Du bist nur nicht Eisbümer. Achso, kam mir gerade so vor, als wäre ich klein. Eisblume hört sich an wie so ein Superheld. Und da kommt Eisblume. Alter wie... Stimmt, das vergesst mir immer. Was? Was ist die jetzt? Alter, wo wolltest du uns drücken? Achtung. Fick dich. Joachim. Soll. Keine aggressive. Das macht doch mal die ganze Zeit so. Ja, genau, Lern. Komm, lass nochmal. Alter, bleib mal draußen stehen bitte. Ich habe mich natürlich nicht zu planen, und zwar. Fick dich, Mann. Ich will dich doch gar nicht trollen. Ja, genau, Lern. Lass mich abholen. Nicht abholen. Komm gleich wieder. Hände hoch! Ich verstehe, weil da Hände hoch sind. Warte. Komm, mach. Du bist so eine Kackalake. Hauptsache, die Münzen bringen uns nicht so außer diese Kackpunkte. Diese Kacktimail-Punkte. Scheiße. Hol dir die erste Münze schnell. Und die letzte. Sprint, du vollen Hub. Eins. Warte. Lennart. Soll ich A drücken? Nein, Spaß. Ich renne durch und du kannst dich teleportieren. Ich kann mich eh nicht auf dich verlassen. Doch, kannst du. Okay, warte, warte, warte. Warte. Warte, warte, Lennart. Warte. Warte. Komm, der große her. Schon rennen. Was warst du? Nein, das war ich nicht. Nein, ich hab dich, ich hab dich nicht mehr berührt. Was? Komm. Ich war wirklich nicht hier. Oh, das war knapp. Wir haben eigentlich von den Minecraft-Adventure-Maps gelassen. Wir sind voll schlecht. Ihr Marien, ich hab meine Hands. Oh, ich weiß nicht, ob jemand hier rein kommt. Warte, bevor du reingehst. Wo war das? Wo waren die Power-Ups? Da kannst du immer welche eigentlich, ne? Ja, aber hier gibt's keine. Ja, sonst können wir den gar nicht bis hin richtig. Nee, können wir auch nicht. Aber wir haben unendlich Leben. Äh, vier zusammen. Aber egal. Papier ich nicht. Ja, wir können uns jetzt immer wieder mit A drücken. Aber wir sind noch gar nicht da. Wohl creepy Sounds, oder? Hä, das ist doch wieder der von eben. Ja, aber der ist jetzt verzaubert. Jetzt haben wir das auch, oder? Nein, das ist nur der Moodle. Das wär voll nett. Voll nett. Achtung. Ach, der kann auch nicht. Boom. Ach, egal. Ich bin noch nicht gemodiert, alles. Komm schon. Gucken. Ach, ne, du bist vorbei. Warum geht der die ganze Zeit auf mich? Wah, ich hab's in einem Leben geschafft. Hast du das gesehen? Wir haben beide noch ein Leben, Alter. Der geht die ganze Zeit auf mich. Wir haben beide noch ein Leben. Das ist der nächste, in den nächsten, äh, der wird dann auf jeden Fall sterben. Weiß ich nicht. Was machst du das? Oh, das ist die süße. Wir haben jetzt eine Stunde für die erste Welt. Ah, jetzt kommt schon ein Trailer, aber ist voll spannend. Hm, richtig spannender. Wir sind so schlecht. Wir sind so richtig schlechter. Aber Leute, guck mal, es ist 24 Uhr. Und wir sind seit wieviel Stunden sind wir wach? Seit 6 Uhr. Seit 6 Uhr sind wir wach? Ich bin seit 6 Uhr wach. Ach so, ja, ich bin seit 7 Uhr wach. Gott vorsieht. Das sind wieviel Stunden? 30... 30 Stunden! Danke! 18 Stunden! Das heißt, wir sind gerade fast wie ein besoffener. Außerdem haben wir vorher noch leicht besoffener. oder so. Ich hab das Brawl aufgenommen. So ein paar Dinger und die waren so lang und irgendwann war es so scheiße. Das heißt, wir sind ja nur als Blatt in die Hand wenn wir in die Hand zu verhangen. Dann haben wir jetzt schon mal, über die Hand aufgenommen werden. Wir sind durch ein мной. Vielen Dank.